Ja, herzlichen Gruß wieder einmal aus dem TV-Studio von Robert-Walser-Skulptur. Ich habe heute hier auf meiner linken Seite Jacqueline Zigerlig. Sie hat vor einer guten Woche eine Handarm-Muh-Orgel gekauft, ein C. Und jetzt sehen wir, ob das schon wert ist, dass es gespielt wird. Wir hoffen, es gefällt euch ein wenig. Messie. Ist gut. Zwei, drei. Zwei, zwei, drei, zwei. Zwei, drei, zwei, drei. Ja, es ist also wunderschön, es gefällt mir, ich komme noch mehr spielen, ganz mit dem schönen Wetter.